Wir haben kein Geld mit. Oh, ja, aber du hast recht recht. Warte, warte, wo ist der Manni so lang? Und wo ist er überhaupt hin? Was? Ähm... Hm? Soll ich mich suchen, gell? Gar nicht mehr nötig. Eigentlich hab ich noch vier. Weil ich bin schon da. Manni, wo warst du denn du? Auf Wiedersehen. Sie gehen jetzt ins Gefängnis. Ach, nein. Ich wollte da oben da ja leben gehen. Aber wie mir gerade eingefallen ist, dass das eine saudomme Idee sein wird. War schon zu spät. Und mir hat das Skeleid geschnappt. Natürlich gerne. Das erzähl ich Ihnen. Aber allerdings... Ich hab das... 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 Und von seiner Prophezeiung nach. So hat er gesagt. Muss er mir jetzt bedienen. Und alle bin mir da. Hat mir überall helfen. Wo ist denn das Skeleid? Ich hab das alles kommen lassen. Hey, 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 hey. Hier bin ich. Ich liebe... Ich liebe... Ich liebe Hackschnitzel. Ha, ha, ha. Hackschnitzel zum Liegen. Das ist so angenehm. Also, pass auf, Freund. Also, pass auf, Freund. Ich bin nicht dein Freund. Ich bin dein Diener. Ja, aber auch mein Freund. Wenn du meinst, sind wir eben Freunde. Natürlich doch, weil du so nett bist. Ich hab das gerade eben gemacht. Ich hab das jetzt doch... Ich hab das aufgezeichnet. Was schaut's denn ihr da? Nichts hat Dr. Buller und Horror Edition. Eine geilere Edition gibt's nicht vor dem Film. Ich bin wohl übergeschlappt. Ich hab Paduzinationen. Ich weiß nicht mal mehr, dass wir einen Deal gemacht haben. Ich wollte sich behandeln lassen. Auf Wiedersehen. Sie sind frei. Ah! Ah! Das ist... Ja, das ist geil. Hast du was gefunden? Ist das wirklich das geilste Ding? Nun hab ich mir aber mein Urlaub verliegt. Ist das wirklich das geilste Ding? Das geilste Ding? Nun hab ich mir aber mein Urlaub verliegt. Ja, ist das. Das kostet mich klar. Wir werden jetzt den ganzen Film schauen. Wie lang dauert der? Insgesamt eine Stunde und noch eine Dreiviertelstunde. Bist du wahnsinnig? Wir können ja den ganzen Film anschauen. Hey! Wo wollen denn Sie jetzt hin, Dr. Buller? Sicher können wir das und das Wärme auch. Nein, den Urlaub. Halt! Also ich hab kein Problem damit. Was ist denn Chef? Nein, nein! Bitte! Schau mal, wenn ich es noch ein bisschen Waffen fülle. Ja, aber warum denn nicht? Ich hab die Arbeiten abgeschlossen. Das ist schon. Aber... Hey, Waltraud! Aktivier mal Teil 2! Teil 2 ist noch viel spannender und besser. Und noch viel lustiger. Da wird's euch anhauen. Also Teil 2 von dem... Ich hab gar keinen Vertrag geschlossen. Ich hab Dr. Buller im Horror Edition. Ist so cool. Der Vertrag mit, ähm, naja... Tja... Haha... Jaaa... Haha... Der Vertrag... Von mir aus. Das wird jetzt so cool. Verursacht geht. ...mal... Das Neustest weiß ich auch, warum ich umgekippt bin. Mein Chef ist hier. Was, dein Chef? Dein Chef? Jaaa... Mein Chef ist hier! Sagen Sie, ich kann es ja später für eine Stunde. Die Reception ist hier, oder? Wie erinnert mich das an deinen Tankenbuch. Ja, irgendwie schon. Aber da fehlt mir ein anderes Ende. Eine andere Handlung. Und was da jetzt kommt, ist ja irgendwie besser. Guten Tag! Hallo? Was heißt denn hier Hallo? Hallo? Heißt es jemand, um den Sie sich zu kümmern haben? Denkste? Hm? Was heißt denn Denkste? Denkste heißt, dass Sie hier niemand sind, dass Sie sich um sie kümmern. Hallo? Bitte! Klopfen Sie nicht herum. Das ist die Reception des anstrengigsten Hotels der Welt. Mit keinem Gartenbalkon. Das glaube ich Ihnen nicht, dass das hier überhaupt ein anstrengiges Hotel sein soll. Warum? Weil Sie hier, äh, der Chefportier sind. Ihr doch! Das ist gar ein sehr anstrengiges Hotel. Und wissen Sie auch warum? Nein, warum? Weil sowas wie Sie hier als Gast nicht in Frage kommt. Adieu! Sagen Sie mal, hier ist wohl nicht wer ich bin und warum ich hier bin. Nein, und ich möchte es auch gar nicht wissen. Sie werden es erfahren, wenn ich es Ihnen zeige. Das halte ich für ausgeschlossen. So! Und jetzt möchte ich, dass ich Ihnen sofort erkläre, warum Sie meinen Mitarbeiter vom Reisebüch... Warum Sie meinen Mitarbeiter vom Reisebüch... Warum unbedingt aufhalten und herlocken wollen. Haha! Was geht Sie da an? Schließlich bin ich doch hier der Besitzer des Hotels. Ist wahr? Und Sie können mir eindeutig keine Befehle erteilen. Dann werde ich mich eben bei der Polizei bei Ihnen beschärfen. Wissen Sie, was mich das kostet? Hoffentlich Ihre Stellung. Nein! Einen Lacher! Hahaha! Ihnen wird das Lachen schon noch vergeben. Hahaha! Ich rufe Sie hier keine Durchsatz-Prophezeiungen aus. Übliche! Sie können sich mit mijnem Mitarbeiter unterhalten, denn... Hahaha! Hahaha! Was? Ich disappeared! Möööööайт! Was habt es denn jetzt aufführt? Jetzt steigt es erst weiter! Woepa-���ilo-��릴-del-del-del-del... So, ein Unsinn! Waltraud, was hast du denn jetzt wieder versteht? I? Ich hab gar nicht versteht! Nein, ich hab das nicht gewusst. Nein, ich hab das nicht gewusst. Weiter. Das ist mir völlig egal. Ja. Und ich möchte jetzt endlich mal etwas zu essen bekommen. Mein Schiff! Verfolgungsfan. Ja, woher soll er denn wissen, dass du hier... Ja, nein! Nein! Guten Tag! Ich hätte eine Fette. Was kann ich für Sie tun, mein liebes Kind? Ich wollte Sie fragen, ob ich Ihren Balkon benutzen darf. Ich würde nämlich gern machen. Sonnenbar. Aber selbstverständlich darf ich noch behilfe, das ist ja beim... Hm. Danke. Ich muss da mal zu meinem Kumpel Wien und den Bus rennen lassen. Ja, gut. Ich hoffe, ich habe ja auch eine Chance, zurückzukehren. Ich werde inzwischen hier bleiben und gucken, was ich hier machen kann. Hm? So war das nun alles, was ich brauche? Ähm, eigentlich schon im Moment. Ihre Terrasse ist ja schick. So ein gemütliches Bett? Ja, natürlich, was ist das? Ja, natürlich, was ist das? Ich muss das empfehlen. Gucken wir mal zurück ins Zimmer. Okay. Gehen Sie ruhig mal. Anton? Anton? Ja, was ist denn, Baldinos? Ja, was soll denn schon sein? Ich wollte Dir nur fragen, wo jetzt ein Helfer steckt. Der ist losgegangen und bei seinem Kumpel blie... oder wie der heißt, seinen Bus zu reparieren. Gut. Ich geh dann mal los auf die Terrasse. Na, sehr lustig. Müsst mich da allein lassen? Du kannst ja mitkommen, wenn du willst. Nein. Nein, danke. Das ist so viel Aufsehen erregt. Okay. Dann geh ich mal. Einfrau, hier will ich auf die Terrasse. Bye-bye. Das wird kein gutes Ende nehmen. Servus. Hallo. Macht bei Dir alles perfekt? Jawoll. Und bei Dir auch. Leider musste ich bei stehen, dass ich eine Zwillingsschwester habe. Oh, ja. Moment mal, was? Du hast damit ja alle verraten. Nein, hab ich nicht. Ich habe nicht verraten, dass wir später Klassinger heimlich helfen. Gut. Lass uns den Plan weiter ausüben. Ich geh weiter bewachen und du gehst wieder in die Telefon neutral. Ja. Oh, 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 ja. Hier ist das Hotel Felgen auf, am, ähm, ähm, naja, weiß nicht, irgendwas Bach. Was? Wer spricht da? Was? Der, der Herr Inspektor Wiesinger? Aber, Polizeichef, warum ruft sie mich an? Ich bin doch die Telefonistin hier. Ja, natürlich weiß ich das. Um genau zu sein, rufe ich aus genau diesem Grund an. Ha. Ja. Aha. Du hast eine verdächtige Frauenperson gesehen. Die ist Richtung Terrasse gegangen. Wie sah sie aus? Was? Ja, ja, ja. Dann halt nur weiter Ausschau nach ihr. Ich mache mich auf den Weg zum Schlosshotel. Da fällt das auch noch eine Chance. Ich muss jetzt zu Fuß fahren. In zwei Stunden werde ich da sein. Was? Ja, ja, ja. Aber, na gut. Such mal das ganze Hotelamt nach dieser Frau Himmelreich. Wenn die wirklich eine verdächtige Frauenperson ist, muss sie hinter Gitter. Vielleicht ist es ja sogar ein Mann, der sich verkleidet hat. Was? Äh, der Film ist cool, oder? Tja, ja. Da schlafen ja die Haxen ein von ganzem Stein. Wenn ich kommen in mir wäre, könnte einer von den Geflüchteten doch der. Sind die ja auch. Soll sie mal still. Ja, da bräuchte sie alles. Hab ich nicht recht? Gut. Ja, ja. Wir werden weiter Ausschau nach ihr halten. Ach, was ist denn bald mal da? Wie lange so? Ja, ich war da mal zu. Jetzt will ich Spester. Ah, das wird langsam langweilig. Sind doch alle verstreut. Wer hat denn da so ein Schott? Die letzte Telefonistin, oder was? Na gut, wir schauen den ganzen Film. Ja? Ich hab aber genug von da rumliegen. Ja, ja, ja. Ich flieg jetzt mal los. So bin ich aber ganz schön schnell. Hallo Kätzchen. Du süßes kleines Baby, du. Tja, das macht aber mal Spaß. Wohoi. Ja, ja. Ja, ja. Also eins muss man diesen fliegen lassen. Spaß macht es. Hallo dumme Katze. Hallo Kollege. Oh, hallo einer Kollege. Na, wie geht's dir so? Gut. Und dir mit dem, den du jetzt bedienst? Blinden. Er ist so ein netter Kerl und seine Familie auch. Außerdem macht es verdammt viel Spaß zu liegen, während sie Film gucken. Aber falls er mir einen Befehl gibt, bin ich jederzeit bereit, ihn auszufüren. Gut, du solltest jetzt aber zurückkehren. Du hast recht. Bis bald. Bis bald. Ha. Ist dir wichtig, dass er einen Freund gefunden hat? Vielen Dank.